In diesem Video schauen wir einmal auf drei wirklich fiese Sätze, die ein Narzisst so raushauen kann. Was meine ich mit fies? Mit fies meine ich, dass es diese Sätze sind, die manchmal so salonfähig sind, dass sie einem schon gar nicht mehr auffallen, aber trotzdem ein schlechtes Gefühl bei dir erzeugen. Das ist dann so wie im Kinofilm. Du wehnst dich in einer wunderschönen Gegend und merkst zunächst einmal gar nicht, dass du einer tödlichen Strahlung ausgesetzt bist. Und du bist vielleicht mit einem Menschen zusammen, von dem du vor ein paar Tagen noch dachtest, das ist der Mensch, auf den ich mein Leben lang gewartet habe. Aber jetzt geht etwas von diesem Menschen aus, was du nicht einordnen kannst. Du bist verwirrt, wenn du zum Beispiel den Satz hörst. Das hast du vollkommen falsch verstanden, weil eigentlich, du kennst dich, gehörst du nicht zu den Menschen, die etwas vollkommen falsch verstehen. Aber genau dies wird dir hier plötzlich weiß gemacht. Wir schauen einmal auf das schleichende Gift, auf scheinbar harmlose Sätze, die es aber in sich haben und nur eins zum Ziel haben, dich zu vergiften. Nach dem Intro geht's los. Schauen wir doch mal auf den harmlos klingenden Satz. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich heute auf der Arbeit erlebt habe. Was mir heute beim Autofahren passiert ist. Was ich heute Schlimmes erlebt habe. Ein Satz, der scheinbar ganz harmlos klingt. Jeder von euch hat diesen Satz schon einmal von irgendjemandem gehört und sich nichts dabei gedacht. Ihr habt dann vielleicht freundlich genickt und gewartet, was dann jetzt für eine Schilderung kommt. Und vorab jetzt nochmal eine ganz klare Formulierung. Nicht jeder, der so einen Satz raushaut, ist gleich ein Narzisst. Es ist immer das Gesamtpaket, auf das wir schauen müssen. Es muss sich ein Muster abzeichnen. Nur weil jemand einmal gnadenlos übertrieben hat, nur weil jemand einmal gelogen hat, nur weil jemand unglaublich egoistisch war, heißt das noch nicht, dass wir es mit einer narzisstischen Persönlichkeit zu tun haben. Es ist immer das Muster. Und in diesem Muster muss sich eine Grundüberzeugung zeigen. Und diese ist, ich bin besser als die anderen. Ich darf mich über die anderen stellen. Ja, ich muss mich doch sogar über die anderen stellen, weil einer muss den Pfeifen da draußen nochmal zeigen, wo es lang geht. Ja, das ist die Grundüberzeugung eines Narzissten. Und mit dieser Überzeugung offenbart sich dann auch sehr schnell, dass diese Menschen nicht an einer Beziehung auf Augenhöhe interessiert sind. Das gilt sowohl für den grandiosen Narzissten, als auch für den verdeckten Narzissten. Ich sage ja immer, der grandiose Narzisst trägt sein Schild, auf dem steht, ich darf das, ganz ungeniert, offen zur Schau. Der verdeckte Narzisst ist von dieser Grundüberzeugung her genauso unterwegs wie der grandiose Narzisst. Nur der verdeckte Narzisst hat sich das Schild so auf den Rücken gebunden, damit es zunächst einmal nicht so auffällt. Und zu diesem Muster gehört auch, sie wollen Macht, sie wollen Kontrolle. Und sie sind nicht die Person, für die sie sich ausgeben. Aber das wohl wichtigste, bedeutsamste und gefährlichste Anzeichen für Narzissmus ist immer, diese Menschen beuten dich aus. Diese Menschen interessiert es nicht, dass du, wenn du dich mit ihnen einlässt, vor die Hunde gehen könntest. Diese Menschen nehmen es kalt lächelnd in Kauf, dass du über kurz oder lang zerstört wirst. Das nur ein kurzer Exkurs, was unter Narzissmus zu verstehen ist. Also es gilt die Devise, nicht jeder, der so einen Satz wie eben genannt, du kannst dir gar nicht vorstellen, raushaut, ist auch gleich ein Narzisst. Andersherum gilt, dass es wohl keinen Narzissten geben dürfte, der diesen Satz noch nicht gesagt hat. In diesem Satz, du kannst dir gar nicht vorstellen, kommt die Grundüberzeugung eines Narzissten zum Vorschein. Und die lautet, du bist einfach zu blöd, um dir vorzustellen, was ich heute erlebt habe. Aber du bist gut genug, mir als seelischer Mülleimer zu dienen. Punkt. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Schreibt mir eure Meinung gern dazu in die Kommentare. Aber schreibt bitte nicht, das sagt doch jeder. Nur weil jeder es sagt, heißt es ja nicht, dass es gut und richtig und wichtig ist, in welche Richtung sich unsere Gesellschaft gerade entwickelt. Das nur als kurze Anmerkung. Der zweite subtile Satz, das habe ich doch gar nicht so gemeint. Ich habe es nicht so gemeint, als ich vor einer Woche dir gesagt habe, du kapierst ja wirklich überhaupt nichts, als ich vor zwei Wochen ein Teller an die Wand geschmissen habe. Was hat es mit diesem Satz, ich habe es doch gar nicht so gemeint, auf sich? Mit, ich habe es doch nicht so gemeint, wird der andere aufgefordert, die schlimmen Worte, die gefallen sind, die schlimmen Handlungen, die erfolgt sind, als nun richtig und gut dastehen zu lassen. Was ist der Satz, ich habe es nicht so gemeint? Soll das eine Entschuldigung sein? Eine echte Entschuldigung sieht anders aus. Da würde es heißen, es tut mir leid, dass ich dieses oder jenes gesagt oder gemacht habe. Nein, der Satz, ich habe es nicht so gemeint, ist nichts anderes als Gaslighting. Dir soll zweierlei klar gemacht werden. Erstens, du sollst das Ganze gefälligst nicht überbewerten. Ich habe zwar den Satz, du bist voll peinlich, in aller Öffentlichkeit rausgehauen. Ich habe dich damit übelst entwertet, beleidigt und vor alle Augen der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber jetzt komm, jetzt sieh das Ganze mal ein bisschen lockerer, sei mal ein bisschen entspannter. Zum Zweiten soll damit zum Ausdruck gebracht werden, ich bin doch eigentlich ein Guter. Mach doch mal nicht so einen Aufriss um so eine kleine Bemerkung. Ich bin doch auch nur ein Mensch und jeder Mensch macht doch mal Fehler, oder? Und jetzt stehst du da und hast vielleicht gerade in dem Moment keine Ahnung von Narzissmus, wo diese Sätze fallen. Du hast keine Ahnung von Manipulationsmethoden und bist dann bereit, dein ganz schlimmes Bauchgefühl, welches sich gerade in dir ausbreitet, wegzuschieben. Und du benutzt dann deinen Kopf vielleicht auch noch dazu, dir die Dinge schön zu reden, statt dafür, wofür er eigentlich gedacht ist, nämlich als Problemlöser. Weil wenn du auf dein Bauchgefühl hören würdest, dann würdest du sagen, Moment, Freundchen, heute ist es nicht so gemeint, was du gestern gesagt hast. Und wie war es gestern, als du mich vor alle Augen gedemütigt hast? War es da auch nicht so gemeint? Wohl eher nicht, denn der Satz, du bist voll peinlich, hast du mit voller Absicht rausgehauen. Mit voller Absicht hast du mich vor alle Augen bloßgestellt und dich anschließend noch an dem Gelächter von deinen Freunden gefreut. Nein, der Satz, ich habe es nicht so gemeint, ist klar Gaslighting eines Feiglings, eines Menschen, der es nicht schafft, einen Fehler, den er gemacht hat, einzusehen und sich dafür zu entschuldigen. Und wir alle wissen, dass Narzissten zu der Sorte Menschen gehören, die sich eher die Zunge abbeißen, als sich zu entschuldigen. Und für die Leute, die neu auf meinem Kanal sind und sich vielleicht sagen, naja, aber da übertreibt der Herr Kleist jetzt ein bisschen, das kann man doch so nicht verallgemeinern. Es gibt solche und solche. Und Narzissten kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Diesen Zuschauern sei gesagt, doch kann man. Es gibt wohl kaum eine Personengruppe, die so vorhersehbar ist, wie die Gruppe der Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Ich habe darüber, dass Narzissten keinesfalls einzigartig sind, ein extra Video gedreht. Aber noch einmal ganz kurz zum Thema Narzissten und sich entschuldigen. Es ist tatsächlich so, Narzissten entschuldigen sich niemals ehrlichen Herzens. Was kommt, sind vielleicht Pseudoentschuldigungen oder etwas, was so aussieht wie eine Entschuldigung, es aber niemals ist, weil die sogenannten Entschuldigungen haben immer nur eins zum Ziel, dich wieder in die Spur zu kriegen, keinesfalls aber dir zu vermitteln, dass sie eingesehen haben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Und genau so ist der Satz, das habe ich doch nicht so gemeint, zu verstehen. Ja, es kann sogar sein, dass du von einem Narzissten zu hören bekommst, was hast du denn? Ich habe dir doch gesagt, es war nicht so gemeint. Ich habe mich doch bei dir entschuldigt. Was soll denn jetzt bitte schön der ganze Aufriss? Ja, das sind die Argumentationsmethoden eines Narzissten. Der dritte Satz. Wenn ein Satz mit findest du nicht beginnt, sollten alle Alarmglocken schrillen. Es ist schon die Wortwahl, die uns stutzig werden lassen sollte. Findest du nicht? Es ist so hintenrum. Ich meine, er sagt dir nicht direkt ins Gesicht. Ich finde. Nein. Er benutzt die Worte findest du nicht das? Punkt, Punkt, Punkt. Er übernimmt keine Verantwortung. Er bezieht nicht wirklich Stellung. Er wirft dir etwas hin und du fängst nun an zu grübeln. Mit den Worten findest du nicht, wird dir der Ball zugespielt. Und wenn du ihn fragen solltest, was dann die Frage soll, kann er immer noch sagen, ich habe es ja nicht so gesagt. Ich habe doch nicht gesagt. Ich finde das so. Ich habe doch nur gemeint. Und das ist das Perfide an der Geschichte. Seid also auf der Hut, wenn ein Satz mit den Worten beginnt, findest du nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Nehmen wir doch einmal das Beispiel, findest du nicht, dass der Rock dein Bäuchlein ein wenig zu sehr betont? Ja, hoppla, mit was haben wir es denn hier zu tun? Etwa mit einem Menschen, der es nur gut mit dir meint und der dich davor bewahren will, ins Fettnäpfchen zu treten? Kann sein. Muss aber nicht sein. Ich meine, schauen wir doch mal in den Spiegel. Wir alle haben, gerade wenn wir so über 50 sind, doch die eine oder andere altersbedingte Begleiterscheinung. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir können nur mit Antifaltencreme dagegen ankämpfen. Wir können uns Schönheits-Hopas unterziehen. Wir können es aber auch bleiben lassen und uns in das fügen, was das Alte nun einmal mit sich bringt. Und wenn dir jetzt gesagt wird, Schatzi, findest du nicht, dass der Rock dein Bäuchlein ein wenig betont? Dann heißt es Obacht. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben wir es hier mit einer Abwertung zu tun, und zwar einer sehr subtilen Abwertung. Soll sich der Herr doch bitte mal an die eigene Nase fassen und sich fragen, was es denn mit seinem Doppelkinn oder seiner Glatze auf sich hat, anstatt an dir herumzumäkeln. Dieser Satz, findest du nicht, dass der Rock dein Bäuchlein ein wenig zu sehr betont, ist in aller Regel nichts weiter als eine sehr, sehr gut versteckte Abwertung. Und es ist, wie es immer ist. Jemand, der keine Ahnung von Narzissmus hat, denkt, naja, er meint es ja nur gut mit mir. Er will nicht, dass ich mich blamiere. Aber mit diesem Denken sind wir schon in die Falle des Narzissten gelaufen. Und die Falle ist, wir stellen uns selbst in Frage. Statt zu unserem Körper und zu uns selbst zu stehen, betreiben wir nun Body Shaming und fühlen uns plötzlich nicht mehr okay. Das Komische an der ganzen Geschichte. Vorher, bevor wir den Narzissten kannten, fanden wir uns eigentlich schon okay. Aber dieses Gefühl ist, seitdem wir mit einem Narzissten zusammen sind, komplett verschwunden. Was sagen wir also, wenn wir noch einmal so einen Satz findest du nicht, Punkt, 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 zu hören bekommen? Wir können sagen, ob ich finde, dass mein Bäuchlein zu sehr betont wird? Nein. Punkt. Mit so einer Antwort nimmst du jedem Narzissten den Wind aus den Segeln, weil du nicht in den Rechtfertigungsmodus verfällst. Und das ist ja genau das, was ein Narzisst möchte, dass du anfängst, dich klein zu fühlen und dich rechtfertigst. Sie möchten ein Über- und Unterordnungsverhältnis. Wir könnten aber auch sagen, lass mal deine Unverschämtheiten stecken. Ich gefalle mir ganz gut, so wie ich bin. Ich brauche keinen, der mir erzählt, du bist nicht okay, so wie du bist. Ich möchte einen Partner an meiner Seite, der mich bestärkt, statt mich klein zu machen. Ja, ihr Lieben da draußen vor den Bildschirmen, was würde man wohl in diesem Moment von einem Narzissten als Antwort zu hören bekommen? Ich denke, ihr denkt das Gleiche wie ich. Das war doch nur ein Spaß. Oder ich mein's doch nur gut mit dir. Oder mein Gott, was bist du empfindlich. Ja, es sind immer die gleichen Sätze, die ein Narzisst raushaut. So, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen können. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.